Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Rolling Stones in Berlin. Diese Show widmen wir Charlie. Good to be back in Berlin. You never know what's gonna happen. Die Rolling Stones feierten am Mittwoch, 3. August, ihren Tourabschluss in der Waldbühne. Suchekarte vor der Waldbühne wird Ticketbesitzern angesichts der vielen noch Suchenden noch einmal bewusst, wie glücklich sie sich schätzen können, beim runden Geburtstag der Rolling Stones dabei sein zu können. Das Abschlusskonzert ihrer Sixty Tour in Berlin stattfinden zu lassen, hat schließlich Symbolcharakter. Einst galten sie als gefährliche Rockband, ihre Fans zerlegten 1965 und 60 bei ihrem ersten Konzert in Berlin eben jene Location, in der sie heute wieder auftreten. Eine Abrissparty dürfte es heute nicht mehr werden, dennoch liegt die Energie von damals auch an diesem drückenden Sommerabend in der Luft. Rolling Stones live in der Waldbühne Berlin 2022, die besten Bilder. Viertel vor acht erscheint der erste Rolling Stone auf der Leinwand, Charlie Watts' musikalisches Leben wird mit bewegenden Einspielern und Bildern gewürdigt. Ihrem Freund folgen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gleich im Anschluss auf die Bühne, um mit Band und Street Fighting Man den Abend einzuleuten. Hallo Berlin, wie geht's? Ein bisschen Deutsch muss immer sein, ebenso wie heimelige Schwärmereien über die Berliner Karrewurst, Hackepeter und Berliner Luft. Nach fünf Schnäpsen war mein Deutsch perfekt. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.